Aber noch genießen wir die liebe Sonne. Zigaretten sieht man gar nicht mehr so oft. Da sind wir bei unserem nächsten Thema. Kein Wunder, der Zeitgeist hat sich ja auch verändert. Die Angst vor Krebs tut ein Übriges. Wer jetzt aber hoffte, mit E-Zigaretten eine gute Alternative gefunden zu haben, der dürfte sich täuschen. Das sagen zumindest neue Zahlen.